Ähm, wie sieht's denn hier jetzt aus? Alright, let's go. Okay. Dann wollen wir doch mal. Wirst du dich hier mal nicht meiner Macht entziehen? Ui, hier sind das Blutsplitter. Davon können wir ein Glücksspiel treiben. Da muss ich gleich mal einen glücklichen Smiley senden. Die Sternchen, das sind halt quasi leuchtende Augen und das W, das ist so ein Katzenmund, so niedlich, ja? Das sind so Internet-Smileys. Das kennt ja vielleicht nicht jeder, die Smileys. So, wir sind jetzt übrigens in der dritten Etappe von den Vieren, um die Season-Reise abzuschließen. 146 Blutsplitter. Wahrscheinlich waren das dann 140 oder so. Die Sechs haben wir durch die Bounties schon. Wahrscheinlich sogar. Ich weiß es nicht. Ist mir ja auch egal. Haben wir auch. Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt bei fünf Kopfgeldern dabei. Geht das auch? Was ist jetzt das nächste Ziel? Transmogrifiziert was bei der Mystikerin. Das kriegen wir, das kriegen wir hin. Also Aussehen ändern. Das kostet ja nichts. Dann haben wir das auch abgeschlossen. So, ich möchte mich hier nicht unbedingt auch und verbrutzeln lassen. So. Hey, der ist gut. Zack. Also, was heißt gut? Nein, ist er nicht, aber... Weil ich war da unten ja schon. Bin hier ja schon durch. Ah, toll. Ich dachte, da kommt man runter, aber nein. Mit Barbaren könnte man eventuell springen, wobei ich nicht weiß, ob das nicht so hoch wäre. Weil Barbaren können ja den Sprung. Die können manche Gebiete überspringen. War schon Diablo 2 so. Da konntest du den ganzen Endgegnerkampf überspringen. So. Dann sieht das doch alles ganz gut aus. Werden die Season Reisen eigentlich schwerer? Wird das alles irgendwie... Wird in der nächsten Season irgendwie da... Werden da andere Quests dann reinkommen? Oder ist das einfach immer... Mach das und das in der laufenden Quest. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, ein paar Viecher habe ich hier am Leben gelassen. Komm mal her. Ich... Ich wubbel hier mal eben rein, da unten. Jupp. Will ich... Yes, I won. So. Äh... Da ist sie ja wieder. Die guteste Idee ja. Lange nicht mehr gesehen, ne? Was meinst du? So. Was denn? Du klingst so undeutlich auf einmal. Ich hab dich... Ich verstehe dich nicht ganz. Haben wir. Ich muss zurückkehren. So. Wie rechn... Wo ist eigentlich... Was... Was ist die Tastenkombinationen oder Kürze oder Linksumsigkeit, um die Season Reise zu öffnen? Gar keine. So. Dann würde ich mal sagen, erst mal... Das ist besser. So. Nix tolles. Erst mal hier die ganzen Rezepte beibringen. Das ist für den guten Shen. Düsen wir mal zu Shen. So. Act 4 Bonus. Nice. I need those. Ja. Die braucht man alle. Irgendwie. Äh... Ich guck nochmal kurz. Was haben wir denn jetzt? Ja, ja, ja. Nun hätt's nicht. Hau dich. Aha. Das ist quasi... Das ist golden. Das... Ah, das wird golden, wenn man es ausgefüllt hat. Was war das hier? Stellt ein Gegenstand mit Hilfe des Schmiedes her. Beendet ein Nefall im Portal auf schwer oder höher. Tötet... Einen der Endgegner auf schwer oder höher. Höhere Schwierigkeitsstufen erhöhen. Gold und Erfahrungsmenge. Ach Gott, das ist ja für Anfänger. Rüstet einen beliebigen Begleiter vollständig aus. Haben wir ja schon früh gemacht, ne? Dass wir dem Bad zugesteckt haben. Steigert die Ausbildungsstufe des Schmieds auf 10. Juwelschmied auf 10. Mystikerin auf 10. Erreicht Stufe 60. Alles schon ein bisschen her. Erreicht Stufe 70. Mystikerin auf 12. Ja, Juwelschmied auf 12. Schmied auf 12. Und alle Viecher auf Meister oder höher. Steht eine Chance, dass imperiale Gegenstände erbeutet werden. Haben wir auch Maltail auf Meister getötet? Haben wir doch gar nicht, oder? Aber steht hier doch. Auf Meister oder höher. Stellt mithilfe des Juwelschmieds einen Edelstand der Stufe imperial oder höher her. Transmorgifiziert etwas mit der Mystikerin. Gebt bei Kadala Blutsplitter aus. Okay. Geben wir erstmal bei Kadala Blutsplitter aus. Die ist hier unten. Ja, wir können alles gut gebrauchen. Wie wäre es erstmal mit einer schönen Waffe? Eine gute Zweihänder. Zack. Haben wir jetzt ein bisschen... Ist aber alles Schrott, was die uns da verdingst hat. Das ist halt Glücksspiel, was man mit dem Blutsplitter machen kann. Dann wollen wir jetzt das letzte erledigen. Und zwar das Transmoggen. Also Aussehen ändern. Machen wir zum Beispiel aus dieser Mega-Keule, die wir hier jetzt rumtragen. Machen wir da einfach mal so ein Zauberstäbchen. Oder machen wir... Machen wir... Och, machen wir... Guck mal, machen wir noch eine fettere Keule. Zack. Das Nefalims neue Kleider. Tja, damit haben wir wieder etwas abgeschlossen. Wer ist das? Die haben... Die haben... Die haben Namen. Na gut, Etappe 4. Auch schon zwei abgeschlossen. Verzaubert mithilfe der Mystikerin irgendeinen Gegenstand. Und modifiziert eine Eigenschaft. Untöte schlechter Belial, Asmodan, Diablo. Ach, oder Maltael. Auf der Stufe Qual 1 oder höher. Wir hatten ja eine Zeit lang mal Qual 1 drin. Von daher, jetzt gibt es viel zu tun. Wir sind jetzt im Letzten. Okay. Kevin Kurani heißt. Der ist halt nicht so ein komischer Fußballer. War das denn da eben? Achso, wir haben eins abgeschossen. Ich gehe mal ins Nächste rein. Ich will hier nicht so unhöflich sein und nur in der Stadt rumstehen und hier mich um meine Belange kümmern. Ich möchte da auch was tun. Okay, das war beides Schrott. Es wundert mich, dass sich auf Meister so Leute überhaupt rumwuseln. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, tötet Hammer. Ah, nee, zerstört. Achso, das haben die gemacht. Okay. Zerstört die Höllenportale auf der Erste Ebene des Silbernen Turms. Die Höllenportale. Wo hat Diablo denn hier Höllenportale hingepflanzt? Da ist eins. Der Sau Sack. Na, ich weiß nicht. Nicht jetzt. Ich will in die Höllenportale. Also, ich bin nicht rein, aber gucken. Oh, scheiße, das muss ein viel. Lass mich mal. Die Verdärknis kann euren Geist nicht länger fesseln, Engel. Da ist gerade ein bisschen viel los hier. Das kann ich nicht tun. Ja, Lock machen und neue Monster an. Ist klar. Sind noch nicht genug hier. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ey, ihr kriegt ja zu viel. Was ist denn hier los? Meine Schriften werden ausgreifende. So, eins haben wir jetzt schon mal. Ah, jetzt habe ich hier auch Hilfe. Das ist gut. So, das ist besser. Müssen wir irgendwie hier lang? Hier. Ach, jetzt willst du die verfluchte Truhe läutern. Dann sag doch was. Komisches, großes Gespenst da. Oh, ist auch besser. Aber das ist trotzdem alles noch nicht sonderlich doll. Wir müssen halt ein paar mehr Legendäre finden. Ja, ruf du mal hier Monster herbei. So ruf ich dir gleich wieder herweg. Gehen fort mit euch. Fuck. Fuck. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ah, doch, doch. Geht schon. Meine Wunden schließen sich. Ich weiß. So, was haben wir denn hier? Abenteuer machen wir hier. Zack. Ja, 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 ja. Gehen wir nicht um den Zwirn, großer. So, wie unten ist das Höllenportal. Gott, hier kriegst du ja zu viel. Nicht genug Geisteskraft. Eure Kraft lässt euch im Stich. Ja, wenn es denn so wäre. Ich bin übrigens in der Buchhandlung, äh, Kottmann, wenn mich jemanden besuchen möchte. Ich möchte mal kurz gucken, was müssen wir jetzt machen. Entzieht eine legendäre Eigenschaft mithilfe von Kanais Würfel. Tötet Oleg den Schlüsselhüter auf Stufe 70. So wie der Schwierigkeitsstufe Qual 1 oder höher. Hält sich in den Feldern des Elends auf. Ah, und auch den Schlüsselhüter. Und auch den Schlüsselhüter. Und auch den Schlüsselhüter. Also alle Schlüsselhüter töten. Und kann als Würfel benutzen. Erreicht ein großes Nefeln im Portal der Stufe 10. Das ist ja nicht sonderlich schwer. Platziert an allen Ausrüstungsplätzen legendäre Gegenstände, die mindestens Stufe 70 erfordern. Das ist eigentlich alles schaffbar. Alles keine Magie. Alles keine große Kunst. So, wenn wir hier schon mal sind, machen wir gleich noch die Ebene 2. Okay, die Schlüsselhüter. Die Schlüsselhüter. Und Kanais Würfel. Ist ja in Akt 3. Den gucke ich mir dann auch gleich mal her. Dass wir uns den hier jetzt auch holen in der Season. Schlüsselhüter. Kanais Würfel. Und, äh... Nephalem-Protat. Kriegen wir hin. So. Ja, ich hab ja, äh... Ich hab ja echt tausendmal zwischen IT-Firmen rumtelefoniert, die sich dann auch immer melden wollten und nicht mehr gemeldet haben. Und viele wollten von Anfang an gar nicht. Oh, 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 oh. Jetzt ist aber hier Holland am Not. Eine Edelstein-Gubillen-Horta. Du kannst schnell sein, wie du willst. Wenn ich mich beame, bin ich schneller. Oh, schön. So, hier. Babb. Gilden-Zeichen setzen, dass wenn sich jemand hierher beamt... Was? Ha, Ha, I had. Man hat jetzt aber auch eine Krone equipped. Was macht das denn? So many games. Jedes Mal in der Edelstein fallen gelassen wird, wird... ...ein Edelstein fallen gelassen, der in den Helm gesockelt wurde. Markis. Das ist hart. Also, wenn er einen guten Edelstein ausrüstet, dann droppt er einfach mal 20 Mal bei so einem Juwelen-Horta. Hold's hand open. Kann man das so sagen? Hand auf... Hold's ist, äh, ist ja, ne? Kann man so sagen? Thanks, Per... But, äh... I can't... ...aufheben. Keep it up. Heißt ja so viel wie, bleib am Ball. Oh, Boomer. Ja. Äh... So. Was haben wir denn da so? Ich hoffe, ihr versteht das alles, ne? Also, wenn hier so... Wenn ich hier so, weil wegen Englisch und so... Kai-u-ke... Kai-u-ken... So-u-ken... ...Auge des Sonstrassigkeits-Dings. Meine Schritte werden ausgreifende. Aber immerhin finde ich, muss ich sagen, schon mal sehr gut, dass diese Person überhaupt mit einem sich unterhalten kann. Das ist nämlich absolut nicht üblich, dass sich hier Leute unterhalten können. Äh... Die kommen, spielen, gehen und man wird nichts mitbekommen. So. Schön, schön. Ist aber schlecht, weil... Boah, die Erholung ist natürlich eine Granate. Ich werde hier verwöhnen. Guckt euch das an. Äh... Boah, die Erholung. Komm, geht mir nicht auf den Keks. Ah... Weißt du, ja... Einfach einfach so. Einfach so, genau. Geht man hier mal einfach so auf den Sack. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Zurück in die Stadt. So. Let's do a Grandbonus and call... Äh... Day was? Ich hab das nicht mehr so schnell lesen können. Mehr als mehr gegen die Monster auf den Keks. Äh... Machen wir doch mal. Let's, äh... Do a Grandbonus and call it a day afterwards. Aha. Ich bin aber irgendwie weg. Kann das sein? Ich muss das woanders probieren. Oh! Äh... Ja. Danke. Danke, dass das Internet immer nicht richtig funktioniert. Finde ich super. Natürlich schön, dass es nachdem die Kopfgelder abgeschlossen wurden und jetzt passiert ist und nicht währenddessen. Man muss ja immer noch die positiven Aspekte suchen. Möchtest du jetzt dich auch mal wieder einkriegen? Netzwerk. Kotzkopf. Ach, zum ganzen Dienst ist unterbrochen. Oh, das freut mich ja. Soll ich jetzt im Kreis tanzen oder was? Ey, ist das so. Es ist doch wohl nicht zu... Es ist doch wohl nicht zu glauben. Ich hasse sowas. Ich hasse das. Ich kann gar nicht sagen, wie ich das hasse. Ist mein hier! Ich wütend. Ja, komm, lass mir hier bis morgen und so. Ja, ist ja super. Weißt du, wenn man so kurz davor ist, dass man sich die Tastatur auffrisst. Verbinde mit verfickten... Ah, jetzt geht's. Gut, Autodecated bin ich. So, ich bin aber nicht einfach weg, weil ich unhöflich bin. Communities. Ne, leck mich am Arsch. Da. Letzte Mitspieler. Senshi. Sorry. Connection lost. Nicht List. Lost. So. Ähm. Wenn ich es hinkriege, würde ich sogar nicht die Gruppe einladen, aber dahin. Weil war doch noch offen, oder nicht? Oh, das ist Sabuna. Let me try this. Ja. Boomer ist übrigens kacke, ne? Es hat nicht funktioniert, wie es sollte. Dann ist es ein Boomer. Ist zwar eine Ausdrucksweise, die ich bestimmt ein paar Jahre nicht gehört habe, aber... Boomer ist irgendwie kacke. Doof. It's a Boomer. Das ist schief gelaufen. Es ist ein Boomer, das kann ich hier öfter sagen. Dann... 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 Yay. So. Ja, in den Rüsten. Okay. Good Ring from the Catch, definitiv wanted, äh. Ist das gleiche Spiel. Ist der andere abgehauen? Was? Let's you use set bonuses with one less set piece. Äh, I know, it's cool, äh, ja, das ist so ein Ring, über den sie gerade redet. Wo dann ein, ein, das, den kennen wir ja auch, den Ring, wo dann immer ein Teil weniger benötigt wird für ein Set. So, was, 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 was war hier los, okay, I know, it's cool, so. Oh, alle Motten, was müssen wir denn hier machen? Betretet den Wachtturm. Wo haben denn hier die Zeugen Jehovas, äh, ihr Versteck, ihren Wachtturm? Gott war der flach. Schon, ne, ein bisschen. Every pub game I join with bounty tech people just to rifts except this one. Major boom. Ach, na ja, gibt's Schlimmeres, ne? Beschwert sich gerade, dass Leute halt dauernd rifts machen in Spielen, wo es eigentlich um Kopfgelder geht. Was ist denn hier dieser verkackte, verkackte Lager von denen, äh, Zeugen Jehovas? Ah, 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 da ist der Wachtturm. Wahrscheinlich steckt der da hinten gerade in irgendeinem Briefkasten. Oder in einer Altpapiertonne, wir werden sehen. Tretet die zweite Ebene und bringt Wendels Schwerkscheide zurück. Eine würdige Herausforderung. Nö, gar nicht. Deswegen werde ich jetzt auch durchrushen, um die Stelle zu suchen, die wir finden müssen. Ach ja, aber ich habe in letzter Zeit gehört, dass Unity Media öfter mal Internetprobleme hat. Das ist halt so der Nachteil an Online-Games, wenn dann da was gerade nicht funktioniert, geht's halt nicht, ne? Oder es gibt halt kleine Problemchen. Ich bin natürlich immer sehr geduldig, ich reg mich dann ja nicht auf, ne? Ich warte einfach, bis es wieder geht. Nützt ja nichts, sich aufzuregen, darum tue ich das ja auch nicht. So, ich möchte, das sind sicher gute Nerven-Sack-Keks. So, der ist nicht gut, aber das... Ah, nein. Nein. Nicht wirklich. Ich versuche die mal so ein bisschen zu verzaubern bei der guten Myriam, ob die uns da was Schickeres draus machen kann. Weil ich möchte endlich mal wieder... Also ich möchte endlich legendäre Gegenstände soweit überall drin haben. Weil... Ah. Das hat langsam mal... Ne? So, wie sieht's hier aus? Jo, hab ich mir schon gedacht. Machen wir doch mal Vitalitätspunkt drauf. So. Seid gegrüßt, meine Freundin. Einer dieser dreckigen Aasfresser hat mir eine alte, extrem seltene Schwertscheide gestohlen. Ich habe ihn bis hierhin verfolgt. Doch dann habe ich seine Spur verloren. Vielleicht könntet ihr ihn für mich finden. Wir versuchen es. Wir kennen uns noch gar nicht und fängt gleich an mit Hallo meine Freundin. Der ist aber schnell bei der Sache. Aber na gut. Ich bin auch so jemand, wenn mir auf der Straße oder sonst wo jemand begegnet, der gleich anfängt mit Du und hier ne, kannst Du mal und Hallo Du und so, gehe ich auch gleich ins Du. Da habe ich gar keine Probleme mit. Ich finde es lockerer tatsächlich, als immer gleich mit sie anzufangen. Und gerade als es so 16 wurde, da ging es ja langsam los. Ab 16 ist es ja so, dass man drum bitten darf. Durch Hülle des Unrats. Fluch des Rüstungsschmiedes. Ne also, ja und da steht er so daneben. Vielleicht kann er uns den Hammer ja für Hedrick ausleihen. Den hat er ja nicht mehr. In so einem engen Gang weiß das Vieh auch nicht, wie es kämpfen soll, ne. Habt vielen Dank. Ohne Eure Hilfe hätte ich das hier nie wieder gesehen. Ihr möchtet etwas von mir kaufen, richtig? Oh ja. Diese Schwertscheide ist ein selbster Schatz. In archaischen Lettern ist darauf, Talik der Verteidiger zu lesen. Geil. Er war einer der Urahnen, die den Berg Ariad gegen die Zerstörung des Weltensteins verteidigten. Ein wahrer Krieger, der sein Leben gab, um der Welt das finstere Schicksal zu ersparen, dass... Das... Ich das liebe. Äh... Finstere Schicksal zu ersparen, dass sie Lügen getroffen hat. Und... Ja... Schwertscheide von Talik. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, die Quest da unten drin. Wer ist jetzt auch gerade das erste Mal tatsächlich? Finde ich schön. Ja, Talik ist ja einer der drei Wächter des Berges Harugat gewesen, den wir auch als Barbar rufen können. Des Berges Harugat, des Berges Ariad natürlich. Ich muss etwas ablegen. So... Oh, die ist besser, die Waffe? Aber das ist halt alles so ransch. Das ist halt alles... äh, fflflflflflflflfl... Ich muss zurückkehren. Na komm. So. Lass uns den ganzen Ramsch hier verbollern. So, das ist noch für gut. Das hier. Grimlow. So, dann das hier. Ja los, Muriam, kannst du uns hier ein bisschen helfen? Das ist eigentlich KK, aber ich hätte gern, dass ich da tragen kann. Kannst du uns, ich brauche jetzt nicht unbedingt jetzt hier, da, ich bin auch alles, ja, kannst du mir da Schaden draus machen? Kannste, ne? Mach mal. Guck mal, wie es denn aussieht. Oh, 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 das sieht gut aus. Oh, ja. Ah, Zähigkeit geht zwar ein bisschen runter, aber guckt euch mal an, was die Erholung hochpusht. Ich habe langsam einfach mal Bock, solche Sachen. Gut, Intelligenz ist nicht so ein Smart Job für uns. Wir brauchen Geschicklichkeit. Dann ändern wir das in Geschicklichkeit um. Und schon ist es tragbar. Wenn du natürlich einen Schlag erleidest, hast du die Chance. Okay. Ganz gleich, wie kostbar das Ornat des finsteren Königs sein mag. Wäre es weise, es mit einem gefallenen Besitzer ruhen zu lassen. Leoricks Ruhe zu stören, kann nur Unheil bringen. Sagte Deckard Cain. Die unerstmässliche Macht dieses Objektes geht einzig von der Ruhe in seinem Inneren aus. Alright, time to open these. Ja. Diese Waffe wurde in der eisigen Ödniss des Nordens zu ihren des hoch angesehenen Handwerkers Schäfer gefertigt. Okay. Klingt so deutsch, der Name, ne? Deutsch. So. Ich muss einfach mal so ein bisschen... Okay, ja. So, dann kann ich gleich wieder zum Schmied. Und kann ihm wieder ein paar Dinge beibringen. Ja, wir können... Was, wir hier an Rezepten wuseln. Und jetzt kriegen wir schon wieder so ein Schulterding. Warum? Mal gucken. Ich brauch's nicht zweimal, darum geht's mir gerade. So. Äh. So. Erstmal alles hier reinkloppen. Äh. Pretty nice. Yes, please. Ja, dann. Hier. Nimm! Das... Der ist... Wahrscheinlich ist noch ein relativ neuer Spieler. Kann ich das... Äh. Das gibt's doch gar nicht. Ist das jetzt auch schon Account gebunden? Ach ja, weil es in einem Würfel drin war. Unglaublich. Ja. Ne, das ist ein... Nja. Ha. Oh, Mann. Ja, weil es in einem Würfel drin ist, ist es halt gebunden. Ja, das ist... Das ist stimmt. Ich... Ich hätte's wissen können, aber... Ja. Wobei 0,1% Schaden weniger. Es ist wahrscheinlich besser. Das Teil. So. Das hier ist auch Account gebunden. Ja. I have to kill the Keywarden poke. Nur mal so. Vielleicht macht er ja mit. Wie auch immer. Das ist, aber... Vielleicht macht er ja mit. For a season. Okay, I will teleport to you as soon as you find him. Got to organize stuff. Okay, thanks. Think about what you craft now. Ja. Dann guck mal, was du da erschaffen möchtest. Herstellen. Craft ist ja. Herstellen. Wird unsere Freundin hier denn nie müde? Seit dem Augenblick, an dem ich sie zum ersten Mal sah, hat sie so gut wie kein Auge zugetan. Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen sich vor den Nephilim fürchten, Lorat. Ja. Ist das im nördlichen Hochland? Jetzt möchte ich mich mal um die Schlüsselhüter kümmern. Äh. Wo ist der erste Schlüsselhüter? Feldern des Elends. Okay. Ich beginne oft mit Ja, die Endkarte. Aber besser als Nein. Ich werde mir jetzt nochmal ein Tee machen. Ich habe den Film übrigens zu Ende geschaut. War echt schön. Mein Rechner, der arbeitet echt fleißig. Sicher, weil ich den Film am Rechner gucke. Wenn ich nicht aufpasse, dann arbeitet der Rechner ja nicht mehr. Ich kopiere mir den Film gerade auf Festplatte. Mit einem bestimmten Programm, das das kann. Reimt sich sogar. Einfach, weil ich ihn nochmal verfügbar haben möchte, weil er echt cool ist. Also, falls noch was ist, ja, schaue ich mir den vielleicht auch nochmal irgendwann halt nochmal an. Und ich habe sogar das Bonusmaterial angeguckt. Und das heißt immer was. Ich gucke zwar hunderte und aber hunderte Filme, aber ich schaue mir fast nie das Bonusmaterial an. Da muss mich ein Film echt mitreißen. Das hat, glaube ich, bisher nur geschafft. Also, vor dem hier war es Hachiko. Davor war es Herr der Ringe. Und davor weiß ich es gar nicht mehr. Mal gucken. Jedenfalls ist ja auch gut, dass wir jetzt hier in den Akten nochmal so ein paar Boundies mitnehmen. Weil wir brauchen das ja. Gott, voll bayerisch jetzt hier. Wir brauchen das. Wir brauchen das ja sowieso für den einen Erfolg im vierten Batzen. Wenn wir denn den Cube von Kanai benutzen möchten. Dann müssen wir ja von allen Akten Handwerksmaterialien haben, Legendäre. Also müssen wir aus allen Akten, von allen Akten, Akterenten, ten, 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 müssen wir Material einsammeln. Also von daher ist das, geht das gar nicht anders. Daher war diese Folge, das ganze Farmen auch mal nötig. Irgendwie. Aber keine Angst, das wird nicht zur Gewohnheit, dass MMI jetzt noch hunderte Folgen beim Farmen zuschaut. Das ist nur, ne? Ist halt nur. Gehört dazu, zur Season-Reise. Von daher sage ich mal vielen Dank fürs, ja, für die Geduld, fürs Zuschauen heute. Morgen geht es dann weiter mit zum Beispiel den Keyworden. Dass wir die alle umknocken, also die Schlüsselhüter. Und schaltet einfach wieder ein, wenn es euch interessiert, ne? Ja, sogar noch beim Zocken jetzt hier jemanden gefunden, der ganz nett ist. Vielleicht kann man dann ja demnächst mal wieder öfter zocken, gemeinsam. Weil immer alleine macht das ewige Monster-Schnetzeln auch keine Lust. Also immer nur alleine, immer nur alleine. Und ich muss Skype mal wieder hinkriegen. Das geht im Moment gar nicht. Dann wird das noch besser sein, wenn man dabei auch noch skypen könnte. Gut. Ja, wie dem auch sei. Ich denke mal einen Eindruck von dem Spiel habt ihr bekommen. Ne? Gut, die Story kennt jetzt auch jeder. Aber ihr könnt auch gerne noch weiter zuschauen, ne? Es ist ja, so ist es nicht. Ein paar Folgen gibt es auf jeden Fall noch, bis denn erstmal ein Päuschen kommt, bis wieder neuer Content dann da ist. Na gut. Tüdelö.